Ist das nicht von Miwondo? Hallo Fräulein Wondo! Oh hallo! Haben Sie etwa ein flottes Date mit der Bahn oder was stehen Sie hier so schick auf dem Feld? Dankeschön, ich versuche die Gage ein bisschen aufzubessern. Es läuft gerade nicht so. Okay. Spaß! Ich trete heute am Pragsattel auf und ich schaue gerade, wie der VVS mir mein Publikum bringt im Minutentakt. Ich bin total begeistert. Ah, also doch romantische Gefühle für die Bahn. Es ist eine Liebesbeziehung mit der VVS schon seit Jahren, weil sie bringt mich immer sicher nach Hause, direkt bei mir unter Schlafzimmer. Ohlala! Was lieben Sie denn am meisten an der Bahn? Ich beobachte gerne Leute an der Bahn, weil ich immer Geschichten fürs neue Programm brauche. Dann höre ich, weil die Leute so miteinander reden. Dann schreibe ich mit, mache eine Pointe draus und bringe sie auf die Bühne. Wie würde denn so eine Ansage von Lokführerin Wondo klingen? Haltestelle Pragsattel, zu Wondo geht's links raus. Ich glaube, da kann keiner widerstehen. Na dann, toi 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 für heute Abend und viel Spaß auf der Bühne. Ich gebe bestmöglich Mühe. Dankeschön. Vielen Dank, Fräulein Wondo und bis bald. Bis bald. Tschüss.